Hallo, hier ist Ronja und wir spielen heute Roblox. Ich weiß, ich weiß, ein fantastisches Spiel. Ich hab's ehrlich gesagt noch nie gespielt, ich hab's mir gerade runtergeladen. Mein Charakter sieht erste Sahne aus. Ich hab den in ungefähr zwei Minuten erstellt. Ich fühl mich großartig. Tops, das ist mit dir. Du hast schon öfter Roblox gespielt, oder? Ja, ich hab schon öfter Roblox gespielt, aber momentan sieht das irgendwie aus, dass wir uns ein Update gemacht haben. Das heißt, genau, wir gucken uns das Update an, bzw. ich guck mir das Spiel an. Und Tops, äh, Tops ist auch dabei. Ja. Ich bin auch dabei. Okay, dann lass uns anfangen. Die Musik ist Hyping. Ja, ich bin bereit. Okay, ich glaub, wir müssten ja die Polizisten sein, weil die Kriminellen übernehmen, überhanden und so weiter. Ja, wir sind die Polizei. Wir sorgen für Recht und Ordnung. Ich hab mal die Polizei ausgewählt. Ich auch. Was ist das jetzt? Hallo, hallo, hallo. Ich will das nicht. Oh, hallo, das bin ich. Warum bin ich so viel kleiner als du? Ich hab mich auf 50% gemacht. Warte, wie bewege ich mich? Kann ich echt eltern? Warte, warum ist meine Maus da? Oh, das ist richtig merkwürdig. Ich hab mich vom Gefühl her, dass das... Warte, gibt's irgendwie eine andere Sicht? Muss ich festnehmen? Gibt's für... Bist du first person gerade? Äh, bist du first person? Nein, nein, nein. Bist du? Kann man first person sein in Roblox? Äh, nee. Warum hab ich hier... Oh, ich hab ein Polizistenoutfit an. Okay. Oh, lol. Warte, 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 warte. Siehst du das? Du hast dir ein komisches Rüstungsding an, aber ich bin on duty. Ja, gut, ich bin auch on duty. Ich bin mehr on duty. Guck mal, ich seh richtig professionell aus. Vielleicht sind es mir meine Haare auch... Ich bin... Also gelb färben. Ja, okay, auf jeden Fall. Guck mal hier, was ich hier habe, da kannst du dir die Waffen auswählen. Warte, ich find die Steuerung ganz furchtbar. Ja, das ist... Oh, wie, wie, warte, warte, warte. Wie dreh ich mich? Wie kann ich mein Sichtfeld drehen? Äh, mit Rechtsklick. Wenn du Rechtsklick. Oh. Glaub ich zumindest. Paycheck! Break up! Ich bin jetzt schon in Rang 3. Ich hab so nichts gemacht. Okay. Oh, oh, mit E nimm mal. Okay, ich nehm die M4A1. Kannst du die schon nehmen? You need 300 more Robux. Nee, du musst hier die nehmen. Du musst hier die, 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 äh, die MP und dann die, die Schrotflinder. Okay, ich nehm... Äh, ich will die MP. Okay, ich will die MP. Okay, ich hab die MP auf 1. Puh. Okay, gut. Oh, okay, okay, ich see. Ah, mit die Mitte rechts gedrückt. Oh, hier ist jemand, das ist Kriminaler! Ja, das ist... Wir sind im Gefängnis. Was? Was so? Wir sind im Gefängnis. Fastig. Weißt du, aber haupt doch erst mal auf die Gefangenen schießen. Kriminaler! Er hat ne Waffe, er hat ne Waffe. Wo denn? Ich hab High Ground. Ich hab High Ground. Der bricht aus! Ey! Ich hab ihn. Leut. Nene, 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 nene! Freundchen, Freundchen, da sind zwei! Ja! Ah, 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 ah! So nicht, mein Gooster! Oh, jetzt hat ich den anderen nicht. Die kriegen gar kein Damage! Ja, ne, ne, du musst richtig, du musst richtig aufpassen, dass du drauf schießt. Also, die sind da ein bisschen... Ne, 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 auf die doch sie ja nicht schießen. Die sind ja... Warum nicht? ...die sind ja noch im Gefängnis. Die sind ja noch im Gefängnis. Er schießt doch einfach keine Gefangenen. Ach so! Oh, ich schaffte dem Rechen aus! Okay, keine Sorge! Was sind die Besten? Wo sind denn die, die ausbrechen? Äh, die, die ausgebrochen sind, das sind rechts draußen die Kriminellen. Oh! Oh, wir müssen, das ist unsere Aufgabe. Oh, wir wollen die einsperren! Ja, ja, wir wollen die wieder, äh, sozusagen, kriegen. Ist sie denn da hinten? Da drüben? Ja! Ich seh... Vor... ...ne Raschen! Aber wir können die nicht kriegen. Okay, komm, weg ein! Ich seh den nicht. Hier! Oh, wir können Autofahren! Oh, ich kann rennen! Okay, äh, wie mach ich die Sirene an? Ich glaube... Ja, ich mach nur Fahrgeräusch, hast du ein Problem damit? Nee, nee, ich... Ich wollte für Ambiente sorgen! Ich wollte nur ein bisschen sorgen, weißt du? Es tut mir leid! Es tut mir leid! Es tut mir leid, ja. Hä, ich bin hier... Wir sind die, wir sind die, die anderen, äh, wir sind die einzigen Polizisten mit dem anderen Polizisten namens Bacon. Mit Bacon? Ja, mit Bacon. Bacon! Bacon, unser Man! Bacon wird das machen! Du bist schon Rang 6? Wieso? Weil ich vorher diesen Modus getestet hab, weil ich dachte mir so, hey, das sieht lustig aus! Heißt du, ich hab schon anderen, äh, den Modus sozusagen, die... Alles klar, Topson-Schumbler! Warte, 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 warte... Ah, ey, 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 ey! Das ist auszusehen. Man springt nicht aus fahrenden Autos! Ich bin ja nicht rausgesprungen, ich bin draufgesprungen! Würde wissen? Ja. Hackerman, Hackerman confirmed. Okay, warte, warte, lass uns, lass uns, lass uns zum... Zum... Ja? Ja, wo war mein... Das ist Edelstein-Fahn. Da gibt's bestimmt viel Geld. Da, da sind Leute, guck mal... Cash Money. Ich glaub, das ist, das ist, das ist, das ist... Warte, warte, da ist da, rennt einer! Was ist da, rennt einer! Wo denn? Wie, ist da, da rechts! Bei der, bei, 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 bei der Pistole rennt einer! Achso, das meinst du, ja? Ich glaub, der hat irgendwie, äh... Okay, pass auf. Wir haben... Nein, nein, nein. Wir haben Bacon und wir haben Lana Carriker, 1, 2, 3. Und wir haben nur noch 3 Criminals, das heißt, wir gewinnen alleine schon, deswegen, weil wir ne Überzahl sind. Und wir haben einen Haufen Heroes. Was machen Heroes? Äh, Helden, die sind dazu da, dass die, glaub, irgendwie Kriminelle, äh, fallen. Oh, jetzt, oh nein, jetzt gibt's mehr Kriminelle. Oh nein, Angry Grandpa ist dazu gekommen. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Warte, könnt ihr in den Chat schreiben? Können wir auch in den Chat schreiben? Äh, wenn du oben links auf diesen... Links auf den da drauf schreibst. Äh, tippe zum Chatten hier. Ich kann nicht tippen, meine Maus ist einfach eingefroren. Oh! Mein Spiel ist eingefroren. Howdy, darauf antwortet der Künke Tammam. Hiak name. Oh, lol. Oh, lol, da brauch... Oh, lol. Hier kann man... Wieso? Wie kann ich nicht... Wieso? Lass mich aussteigen, du... Äh... Ich würd gern... Oh. Hack name. Wieso denn Hack name? Ich bin kein Hacker. Wieso? Lass mich aus dem Auto aussteigen. Tops! Leertaste, Leertaste. Danke. Oh! Okay. Ich bin ja... Ich bin da. Okay, das ist Feind, das ist Feind. Wo ist Feind? Oh! Ja, ich schieß doch drauf, Junge. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Oh, ich hab ihn! Ja! Vier! Rang vier! Was können wir einsammeln? Oh mein Gott, da liegt sein Kopf. Wo soll ich mir jetzt eine neue Waffe holen? Wir haben unendlich... Äh, Manni. Ich denke, AWP. Oh nein, ich hab kein Geld für AWP. Komm mit. Bleib höchst, komm. Ja, ich bin... Ja. Ich bin drin. Das macht Steuerung. Los geht's! Oh, da ist ein Hubschrauber. Oh mein Gott, das werden so viele Kriminelle. Die Kriminellen nehmen überhand. Äh, okay. Wir sind nur noch zwei Polizisten. Die anderen sind tot. Die anderen sind tot. Nein! Was ist mit Baked passiert? Oh, lol. Tops, du bist auch gleich tot. Nein, will ich nicht so gleich sterben. Ich steig aus. Das ist mir zu gefährlich hier. Steig auf. Nein, ich will nicht. Ich will rennen. Auf der Hälfte sind fein. Oh, okay. Ich komm wieder rein. Okay, besser aufpassen. Oh, ich kann aus dem Auto schießen. Hä? Wie sieht das denn aus? Oh, 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 oh. Oh, was? Hör auf, gegen die Wand zu fahren, Tobias. Hui, ich bin wieder raus. Oh nein, was? Er schießt auf mich. Ey, ey. Freundchen. Was, das ist ein Helden. Wieso schießen die auf uns? Warum wollen die uns töten? Die wollen uns nicht töten, hä? Doch, die schießen Raketenwerfer auf uns. Macht doch jetzt mal die Alarmsirene aus. Was ist denn das hier für ein Zustand? Keine Sorge, wir kommen in Frieden. Ja, komm mit, Tron. Wo bist du? Die wollen mich töten. Ich bin hier im Ausflug. Ich glaube, die verstehen das Spiel einfach nicht. Die sind hier Helden und die greifen auf. Rückzug. Taktischer Rückzug. Vielleicht, wenn es so wenig Polizisten gibt, wissen die nicht, wie wir aussehen. Ja, genau. Pass auf, wir haben nur noch zwei Prisoners. Der Rest ist alles ausgebrochen. Wir hätten einfach beim Gefängnis sein müssen. Und aufpassen. Okay, raus, raus, raus. Oh mein Gott, das ist... Warte, hast du ihn? Nein. Oh mein Gott. Nein. Warte, warte, haben wir ihn? Ich hab ihn. Du hörst ihn. Loot. Du kannst ihn aber auch tasern und kannst ihn dann festnehmen mit dem... Ich weiß nicht, wie ich tasere. Oh, mit drei. Warte, bin ich jetzt allein? Wo bist du? Tops. Tops, komm zurück. Komm zurück. Ich komme zurück, weiter. Ich komme. Das Ding ist halt so, man wird wieder... Das ist jetzt mein Auto. Ich hab das Ding kümster gespawnt. Ich hab jetzt... Ja. Onya ist am großen. Ich kann nicht fahren. Wie fahr ich denn mit dem Ding? Äh... Ich steck in der Wand drin. Ich bin hier. Wo bist du? Ich bin bei... Beim Spawn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wo das Spawn ist. Ich fahr jetzt. Ich fahr jetzt zur Werkstatt. Oh, hallo, Auto weg. Oh nein, ich fahr nicht zur Werkstatt. Warte. Lanerica schreibt help, aber die ist doch Prisoner. Wie sollen wir ihr denn helfen? Wir sind doch Polizisten. Wir helfen ihr gerne, indem wir sie wieder ins Gefängnis sperren. Du kriegst richtig viel Geld, wenn du... Okay, pass auf. Pass auf. Ich fahr jetzt... Ja? Auf die Autobahn. Du fährst auf die Autobahn. Ich bin so schnell. Ja, weißt du, was ist mir gerade aufgefallen? Du kriegst richtig viel Geld, wenn du einen... Ah, das ist gar nicht so lange. Ich drifte. Oh, ich drifte gar nicht mehr voll gleich. Ich sehe gerade, dass man die ganze Zeit meine Taskleister sieht. Das tut mir leid. WAH! Warum schreist du da? Weil ich... Jump gemacht habe. Stopp! Bist du denn? Ich bin hier am Money machen. Du bist am Money... Wie bist du am Money machen? Oh, nein! Okay. Das warst du. Nevermind. Ich dachte, das ist... Das ist Money, was du kriegst. Nicht, das ist Money, was du bezahlen musst, um das zu haben. Okay, ich bin jetzt beim Camp. Beim Camp? Ich bin beim Camp. Oh, ich kann nicht in die Zelte gehen. Hier ist ein kleines Camp. Okay, warte. Ich lasse das Auto nicht hier. Okay, stopp. Hier ist überall Alarm. Wo bist du denn, Tobias? Das macht mich nervös. Warte, lass uns mal kurz... Lass uns mal kurz dran drin. Ja, ich bin auf. Okay, stopp. So, pass auf. Taktisch komme ich jetzt. Ich sollte nicht wieder driften. Das ging nicht gut aus letztes Mal. Ah, ich sehe... Ich sehe dich. Ja? Ja, ich sehe dich. Oh! Das ist die Fate! Ja, das... Okay. Das ist... Warte mal. Easy... Kill. Oh, sorry. Ich wollte ihn festnehmen. Nevermind. Nein, da habe ich vergessen. Ist nicht schlimm, warte mal. Wer muss schon Leute festnehmen? Ja. Komm, lass uns einfach... Die Fate, den haben wir gerackt. Oh, wir haben... George Holland ist dabei. Oh, cool. Also, wir haben hier nichts... Wir haben noch einen Polizisten. Ausnahmsweise, aber... Jeff Pot! Ich weiß nicht, der Modus ist irgendwie cool. Also, ich habe den anderen Modus gespielt, da war das eher so ein bisschen eklig mit dem ganzen Hin und Her, weil da konnten dich die Polizisten einfach direkt festnehmen, wenn sie einfach auf sich zugelaufen sind und mit den Handstellen gelingt klickt haben. Oh, das ist natürlich cool. Oh, es werden auch weniger Kriminelle. Warte, wann hat man gewonnen? Wenn es einfach gar keinen mehr gibt oder ist es so ein endlustig? Das ist ein endlustig, aber ich finde es eigentlich ganz witzig, so dass das... Okay, ach so, ja, wir können ja, wir können ja unsere Waffen verbessern. Dann kann ich jetzt die AK nehmen. Ich kann die AK nehmen. Du kannst sogar eine Granate nehmen, ne? Ich bin die AK. Mal hier. Hier ist die Granate. Ich benutze Granaten. Ich finde die nicht gut. Ja. Granaten sind witzig. Ich bin Rang 5. Ich bin Rang 5. Ich bin Rang 8. You unlock Digital Camo as a reward for Rang 5. Ich weiß zwar nicht, was Digital Camo ist, aber... Granaten... Oh, 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 oh. Sie sind versetzt. Zeit versetzt. Okay, wieder ins Auto. Zack. Oh, Hubschrauber, Hubschrauber, Hubschrauber. Wieder raus. Das ist ja wieder, das ist ja gleiche. Das ist schon wieder Defend. Den kennen wir doch. Ich denke, der kann einfach nochmal hereinspazieren. What? Wir haben einen Hubschrauber jetzt, Tops. Ja, wir haben jetzt einen Hubschrauber. Ja! Was? Ich war doch dran. Hast du mich auch noch rausgeschmissen? Oh, was ist denn das noch? Nein, das ist ein Held. Oh, was ist denn das noch? Das ist noch ein Hubschrauber. Das ist wieder Defend. Jetzt wird's verrückt. Jetzt wird's verrückt. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein. Taser, Taser, Taser. Wo gehen wir jetzt zu Taser? Nö, will ich nicht. Ich bin gegen... Ah, ich bin tot! Nein, mein Kopf! Ich bin jetzt Taser-Lady. Taser-Lady? Ja, okay, gut. Dann kommen wir mit Taser-Lady. Weil ich gegen Gewalt bin. Und nicht, weil ich keine Waffe habe. Das schockiert mich, ja. Also, ob ich Taser dich gleich. Nö. Ich bin jetzt Taser-Lady. Ich brauch keine Waffe. Ich bin friedlich. Ich bin in der Mission des Friedens unterwegs. Ja. In der Mission des Biegens. So. In der Mission des Friedens. Guck mal. Ich habe schon. I will never play so far. I will never play so far. I will never play so far. Okay. Guck mal, George ist immer noch dabei. George gibt nicht auf. George ist unser Boy. Ja, George ist derjenige, der sich einfach durchsetzt. Weißt du, das geht sogar am Sonntag zur Arbeit. George ist einfach ein Held für uns alle. Hashtag Liebe für George. Wollen wir doch Paradise City? Wollen wir doch Paradise City? Oh, ich habe... Oh, ich weiß nicht. Ich habe früher super, super gerne... Wie hieß denn dieses Autospiel? Wo immer Paradise City im Hintergrund lief. Ähm... Es gab so ein Autospiel, das hieß... Ich weiß nicht, wie das hieß. Du bist die ganze Zeit nur rumgefahren und konntest so Missionen annehmen, indem du über so bestimmte Jackpot-Tayoffs schießen. Wir sind peaceful hier. Das war ein gefangene Akrimine-Häkel. Ja, mir doch egal. Wir sind friedlich. Und dann lief im Hintergrund die ganze Zeit dieses Paradise City. Und deswegen habe ich das irgendwann, als ich dann ein richtiges Auto hatte, angefangen in meine eigene Playlist reinzumachen, weil ich so gewohnt war, vor dem Spiel zu cruisen, während ich das höre. Und dann bin ich im Real Life dann so gewesen, so... Das war nice. Pyrotechnik ist nicht erlaubt. Oh, nee, das ist ein Vulkan. Ich würde gerade sagen. Wusste ich. Wusste ich. Wusste ich. Schweig still. Oh mein Gott, Tobias! Wieso? Willst du uns umbringen? Ich bin Schwimmer. Ich bin... Das war, wofür ich geboren wurde. Ich... Meine Schwimmkarriere im... Salz-Säure-verseuchten Fluss. Okay, ich schwimme an Land. Was ist mit dir? Ich bin auch momentan an Land. Haia! Oh, habt ihr gesehen, wie ich aus dem Wasser gejumpt bin? Haia! Ja. Power-Move. Haia! Zack, zack, zack. Mein Gott. Ich bin auf einer Mission. Ich habe keine Ahnung, welche Sprache die da schreiben. Ich glaube, es ist Türkisch, aber ich bin mir nicht sicher. Ich kann keine anderen Sprachen außer Deutsch und Englisch. Oh doch, bist du Französisch, aber das war es dann noch. Das ist kein Französisch, kann ich dir sagen. Warte, komm ich hier hoch? Wo bist du denn? Ich bin doch hier. Dude, ich weiß nicht, wo du bist. Ich bin auf der Brücke jetzt. Aber springe, einfach springe, einfach springe. Genau. Ja, gut gemacht. Sch, warum ich taser dich gleich? Ha? Tchiu! Daneben. Ha, 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 ha. Auf Knöpfen! Ha, ha. Hey, ich habe dich erwischt. Das war sowas von drauf. Kannst mich, ich glaube nicht. Warte mal, drück mal M. Loil. Was passiert bei M? Oh, ich habe ein Telefon. Okay, warte, 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 warte. Wir gehen jetzt auf Twitter. Oh, ne, wir gehen nicht auf Twitter. Wir gehen auf Cash. Oh, wö. Ich bin nicht auf Cash. Rewards. Achso, loil. Ich habe eine Pistole. Tchiu, 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 tchiu. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Ich? Loll. Am Wasserfall. Was? Was ist denn? Ich kann zaubern. Warte. Was hast du gemacht? Hast du ein Boot gemacht? Ist es jetzt unser Boot? Hallo? Unser täglich Boot gibt uns heute. Du kannst glaub fahren. Nee, ich bin nicht der Fahrer. Ich bin der Fahrer, Lord. Du bist der Fahrer. Ich bin auf dem Passenger Seed. Du bist dein Motor. Kann ich auch hupen? Bisschen laut. Tchiu, tchiu. Oh, nächster Morgen. Oh mein Gott. Ein nächster Morgen. Und ein nächster Polizist. Limon, Limon. Und Matum Belbe. Das ist die Frage, wenn ich jetzt reinfahre, passiert dann was? Nein. Okay, gut. Und top. Oh. Das war wohl nix. Hast du gut gemacht, Ronja. Danke. Okay, pass auf. Ich brauche unbedingt ne neue Waffe. Können wir dem ne Waffe enttzen? Äh, warte, ne. Aber weißt du, was ich machen kann? Warte, warte. Hier ist doch ein Shop. Die haben doch Waffen, oder nicht? Pass auf. Ich geh jetzt hier rein. Ich bin nicht der Typ für die friedliche Mission. Ist mir egal. Ah, ich brauche, oh, warte, Helikopter klingt tatsächlich ganz gut. Ich komme wieder. Hauptsache der Hater schlägt einfach mit ein, weißt du? Polizei Einsatz. Äh, warte. Äh, ich warte auf dich. Okay. Unser neuer Mate. Luke Viano. Ja. Hier ist ein... Können wir den... Oh mein Gott, wir haben noch einen Polizist mehr. Nee, das ist kein Polizist. Äh, das hier... Doch. Es gibt noch einen Polizist. Guck mal, hier unten der Typ. Ja, ich gucke in den Dings. Äh, hat er den jetzt da irgendwie... Warte, warte, warte. Okay, wir haben Lichtschrank. Können wir das kaputt machen? Kann man selbst als Polizist was klauen? Ich glaube nicht. Ja, aber auch nicht. Ich glaube, wir können hier raus, oder? Warte, ich will hier. Wo kommt man denn hier raus? Komm, okay, irgendjemand. Lass nicht in die Laser gehen, ne? Da kriegst du Schaden. Ja, ich weiß, ich hüpfe ja da drüber. Jump and run! Loy, what the hell? Oh boy. Oh boy. Oh, looy. Wer denkt sich denn nicht? Ja, aber ich hab ne... Du musst C drücken. Oh, oh. Ja, es lief gut, würde ich sagen. Ich würde sagen, Tops und ich sind die wahren Roblox-Experten hier. Ja. Aber ich meine, es ist an sich ja nicht schlecht. Also, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß beim Zuschauen gemacht. Da kann man ja die Prisoner sein, also die ausbrechen und kriminell sind. Oder falls es irgendwelche anderen Roblox-Games gibt, die ihr sagt, die wir unbedingt ausprobieren sollten, dann lasst es gerne in den Kommentaren da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut und ciao! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal.